hallo meine freunde der finale auf hauptstraßen und willkommen zurück zu let's play lego jurassic world mit dem led 16 und den drachen buschen ja außerdem es wird gegrüßt und zwar nicht der batman nein der robin und der jörn ich weiß jetzt nicht was ich das vergleich nehmen könnte aber jörn servus ah gut sehr gut waren wir da schon mal drinnen nein oh ah wir sind im raum wo die ganzen bernsteine sind ja unter anderem der netz soll uns weiter anhand gehen alarm er darf nur ein das sucht da hat zwei Jahre und das ist nicht zum und ich kann den jensten Prozent der Möschel gewöhnen ja ich kann mir vorstellen dass du das gerne gemacht hättest aber nein ich will jetzt mal so und auch dieses rätsel wäre mit gravur geschafft und dummens haben wir ja schon das ist also was anderes sonst noch mathematik mathematik wie viel hier drin ist aber echt nicht drin in dem labor gar nicht so wieso du wieso nicht wirklich bestimmte die kombination der gelben kommt der lila nicht dran gelb ach so war wieder drunter immer oder was da kommt dann wieder dran nein genau das kann doch so neuer dino kreativiert erschaffen created kreativiert ist auch schön weil er ist eine kreatur deswegen wird er kreativiert aber einer fehlt uns ja der ist hier so viele sagen die man kaputt machen kann das ist gerade wie sie einfach alles in einen raum reingepackt haben hier an die zweifel uns noch soll schare eier marsch das macht mein strom auch immer aus eier gewinn ich muss ja was mit karton geht aber mit eier ist mir neu und dann kann man auch schon dann können wir auch schon weiter ne ja machen wir es doch mal da kommt dieser ewige bosskampf normalerweise wäre event wenn nicht der ewige bosskampf hat sich gelohnt drauf zu drücken hat sich definitiv gelohnt Prozent wenn es am Graben am Graben Tisch zum Haus gehen und ich weiß nicht wie lange das noch dauert hier Prozent ich auch nicht naja wenn wir schon hier sind da machen wir es halt das ist immer immer so wenn wir schon hier sind dies ist halt naja da schließen wir es halt auch ab ich glaube das dauert noch zu lange das Level hier es geht noch ewig ewig ich werde es dir gesagt haben dass ich gesagt habe freue ich mich dass ich mir gesagt habe sehen die Zuschauer immerhin das Level nochmal dass wir ein paar hätten bestimmt auch gerne gesehen dass wir hier das Level nochmal komplett spielen und nicht abbrechen ja wow diese zwei Sekunden am Ende von dem Level Len komm her krieg dich fang den Len spielen wir heute hole Rom willst du wirklich noch nicht raus hääh ich bin zum schön geil äh mh 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 man Säure Erretched eine volle Grösse nach nur 10 Jahren das nämlich ein Wachstumschub die wachsen ja soia alle recht schnell oder? das sind die auch robbed ja eben Säure wachsen wesentlich langsam nee meine aber die d revenir ね solllich alles schon komplett krass ausgewachsen Du darfst hier まあ hier gigantisch groß glaube ich das ist keinpack noch gar nicht so lange steht ihr gut ich glaube die wurden auch noch ja eben irgendwie Wachstumsform da ist kaputt aber das interessiert mich an mir das ist wie so gerade schon alles den Bach runter geht in den Park ein Hammer nein wieso geht er darunter ich war voll cool gewesen wenn wir auf die andere Seite gegangen wäre er nicht rumgegangen oder danke jimmy danke jimmy nein das machen wir nicht weil wir das nicht brauchen weil du auch so rüberkommst so einmal dadurch komme ich auch noch zum Länder mit der Länder drüben nicht so einsam ist einsam ich will das nur schnell zu Ende bringen ja Zeit läuft ich werde schon lange raus aus dem Level muss doch nicht getarnt sein ähm doch doch muss ja getarnt sein äh haben wir einen Fackel dabei? ähm ähm die sind alle so da stehen das sieht sehr witzig aus wo müssen wir denn überhaupt hin? müssen wir da rein? ja wir müssen da rein Tim Murphy überleben da geh du da rein mir ist das zugeleid da ist es demnächst blöd dann geh ich halt da rein unser Mann mit der Fackel Ian viel weiter links ah noch weiter links es werde nicht es wurde auch licht und es wurde auch ziemlich gefährlich gefährlich einfach weiter ins verderben rein laufen mal sehen kriegt das mit einem Zyklus hin oh ja ja Len auf Anhieb auf Anhieb sage ich da nur nicht auf Anhieb nie auf Anhieb die die ein Menschlicher Zeugling hat ein größer höher als die meisten Erwachsenen die er sagt ich habe einmal zu erklären ich habe auch wenn ich ein Raptor verfolgen würde ich habe auch wenn ich ein Raptor verfolgen würde ich habe auch was? die Sprüche andere Leute schon keine Ahnung ich habe mich nicht gemerkt ja ich auch nicht warum soll ich die mir werken? und du wolltest das Level wirklich nicht abbrechen und einfach ins nächste reingehen bist du genial? ok ja ok nein jetzt ist es auch schon egal ok gut jetzt ist es auch schon egal jetzt will er Lens durchziehen dann zieh wir das durch jetzt hätte ich gesagt ok jetzt ist es aber auch schon egal ich wusste nicht dass es so lange geht ich schon ich bin hinterher von beiden ok man lernt nie aus ui also bekomme ich noch ein paar schöne Münzen was machst du da? ich repariere mitwendlich weiterkommen 2 wo es ist der größe ist doch schon ziemlich groß aus da kommt er blue das feldner der gemi plant da da kommt er charlie wir sind nicht blödsinn nicht er hat ihm bestimmt an dinosaurien ja ja der wusste dass es mal so heißen würde in jurassic world sondern jetzt kommt der geile buskampf ja jetzt kommt er noch zwei männeke 10 aber ich glaube dem buskampf die machen wir nicht zu ende damals schon richtig angestellt gab damals 2 der goldene stein hat das gefehlt ist der hier goldene stein hat er bis zu kurzzeitgedächtnis hast du sowas nicht vorhanden nicht vorhanden eine zweite ist da oben im glas dann müssen wir dann müssen wir das aufbaust und dann kommen wir wieder dann haben wir noch nicht ja ich mach schon dann nehme ich die frauen gehen nach oben aber erstmal nehme ich das Licht aber wir haben natürlich nicht mehr Licht machen kann deswegen nehme ich den ihren mal wieder ja so wir machen wir danke wäre nicht nötig gewesen ja ich komme auch ohne dich voran ist okay aber kommst du raus ich muss dann nicht raus ich muss dann nur nach oben ja dann macht das doch mach ich doch dann mach ich ja dann mach das doch hätte mich jetzt gehauen wenn ich unter gesprungen wäre ja dann schrei doch schon dabei mit der lex und damit haben wir alle mini kids oder ich glaube wir haben alle mini kids da haben wir alle mini kids aufnahme in Screenshots hier nicht möglich hätten jetzt gerade einen Erfolg wahrscheinlich bekommen dass wir alle mini kids haben ja und hier heißt die Erfolge trotzdem Trophäen was Trophäen ja P's achso ja Trophäen 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 bist du auch ein Trophäen wir haben P's fahrt er nicht mit sich das haben wir auch gehabt 100% trлам販 den wahren Überlebten und 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 was wird das schön ist dass wir kriegen lauter zehntausende ja wir alle haben wahrscheinlich alle minikin zusammen das ist pro teil sind es 6,4 millionen damit haben wir auch alle dinosaurier das haben kommt alles zusammen war überlebender minikin haben wir aber keinen goldenen stein für alle minikin gibt wahrscheinlich keine stein für alle minikin ja ich habe gedacht schon irgendwas macht komische geräusche mit irgendwas hat gerade noch geräusche gemacht so jetzt habe ich aber das zeug endlich darf endlich werfen nachdem es wird genommen wurde im freien spiel level gibt es zwar noch aus dem ersten prozent haben sieben noch ein bonus level was man und freischale nüssen aber bis zu 100 prozent dürfte es doch noch ein bisschen zu müssen 95 5 prozent 5 prozent er will ich extrem wenig nur noch ich bin sehr weit gekommen in dem spiel ich brauche einen hacker lex wo bist du glaube es hackt bei dir die lex hackt die lex hackt die stein geholt ja oh ja die musik mhm vor allem dass du ah ok dann kann man durchfahren durch die autos ja und das für eine minute ich habe mir gehört eine bestimmte zeit nur irgendwo hinzukommen denke ich mal die alles bremsen nicht so geil leo mit seinem akkad racer hier du packst das 33 sekunden noch du kommst du dein ziel nein das hat gebremst ja oh die dreckssäcke entschuldigung ein weiter weg nur 23 sekunden wird er das ziel erreichen oh willst du mich achten sekunden 17 sekunden 16 15 die zeit war knapp und da ist ein ziel er hat es geschafft knapp aber er es geschafft und ich brauche mal den dinosaurier da wir jetzt mal drauf da lernt sich schon ein dinosaurier gebaut hat bin jetzt auch mal dran Zeit wird es ja ich suche einfach mal weiter das hier wir sollen ja nicht da doch da ja nein das ist eigener typ der eigentliche soll nein eigener typ aber das rechnen die erste die wir sollen jetzt weiter nach links oder die ganze steine gefunden haben weißt ah ja hier ist das richtig hier sehe ich auch aus wie ich richtig da bin ich richtig so was haben wir denn noch ein gespieler sauer was das wollen wir können alle eigenen sauer machen aber du kannst glaube ich bloß wo ich war meine eigene mutter so aus du kannst ja 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 passt schon der name ist okay hier gibt es noch ein foto von denen ich komme ich da wieder raus aus dem aus dem namensmodus ja hab schon kapiert das ist die farben was man erstes muster was denn das für ein zeichen ach körper ist gelett ach da kann man wie ich kann den charakter nicht wechseln weil du verdammt nochmal mach uns den schwarzen weißt dass ich dann überhaupt nichts machen kann dass ich komplett glückslos kann du kannst mir zuschauen guck mal schwarz rot drachen bursche sauer das ist schwarz rot gold ja ich weiß nein ich will aber in der falschen richtung sooo ja schau doch cool aus wirklich so ja es gibt ja noch ein anderes muster irgendwie irgendwie ungesund aus oder wir machen wir machen uns doch den amerikanischen so ich nehme noch mal einen die sterne die sterne die sterne sind super amerikanosaurus nenn ich ihn die kreis die kreis kreis ist das cool oder ist das cool ach ich baue mir noch einen hm was bauen wir uns denn noch schönes ach bauen wir uns mal einen spinosaurus oder ne wir bauen uns so einen kleinen saurier mit dem jurassic äh mit dem kopf von dem äh kopf von dem tyrannosaurus oder sowas irgend sowas komplett wildes hohoho der hat ne lunge kopf dilophosaurus skelett kopf skelett ok spinosaurus tyrannosaurus rex ist wahrscheinlich das beste an kopf oder alter ich komme da nicht rein naja sieht ja fast genauso aus der kopf von rex oh verdammt der buddy die oh na man kommt in diese löcher nicht rein in die tore ja witzig haha er hat löcher gesagt er hat gesagt dass er nicht rein kann was haben wir denn da ok wir können ihm aber wir können ihm keinen so einen angriffsschwanzen ah doch der stegosaurus na machen wir es so hm machen wir den jetzt halt in schwarz-rot 2 von 3 da 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 oder ne wir machen die andere farbe schwarz machen das andere dann mal rot sooo ist das schwer hier boah schaut doch nett aus so ich hab grad mal zwei goldene steine geholt ne ja äh ich war auch produktiv und ich habe einen roten stein sorry ich will kurz gucken welchen roten stein ich geholt habe du hast den roten stein wieso haben wir Punkte 6 nicht an weiß ich nicht warum machen wir den nicht an äh geisterstadt sammeln von dem Modus okay ganz ehrlich haben wir auch ein bisschen direkt um die Ecke ja so mal sehen ob ich das Rennen jetzt schaffe er kriegt die Streifen ich war mir noch ein Dino es war einfach zu viel Spaß Dinos zu bauen einfach klasse so was bauen wir uns denn noch für einen ah ne Dings sind ne er hat er nicht ey es ist doch wo ist er denn zum Mäuse melken ist es Stegelsaurus ja das glaubte Bachiosaurus kann man sich keinen eigenen bauen doch das ist er doch jaaa bauen wir uns den eigenen Bachiosaurus ne den Namen brauchen wir nicht ähm Bachiosaurus mit mit Tyrannosaurus Kopf ne sieht aber eigentlich gar nicht anders aus der Kopf ah doch jetzt sieht er anders aus boah das sieht creepy aus das sieht witzig aus mit den Hörnern hab ich's geschafft ich nehm die Hörnerversion eit euch die beste uh es fehlt noch ein einziges Rennen oh ich bin ein Mosasaurus die Pflanze hier im Meer schalalalalala nehm mal den den ich hab vielleicht komm ich auch hier raus nein ich komm nicht raus ich kann nicht raus springen wieso bin ich hier wieso bin ich hier ne gute Farbgebung wieso bin ich jetzt bei dir drachen rorschau wieso bin ich bei dir drachen rorschau wieso bin ich bei dir drachen rorschau wieso wieso Lenn sagt nur wieso ich brauche gerade den schönsten Saurier, den du jemals gesehen hast. Lenn ist auch schon richtig begeistert von meinem Pinko-Saurier. Wow, ein Punk. Ein Punk, ey, das ist der. Kunst ist das, was ich hier fertige, Kunst. Ja, sagen wir Kunst. Pixelmuster. Ah, es gibt sogar Chica. Äh, nicht Tiger. Leopardenmuster. Leopardenflecke. Warum ist das witzig? Was so herrlich aussieht. Aha. Natürlich. So, äh, ich sag dir, nimm mal meinen, äh, 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 Mosasaurus. Bin ich unbedingt auf sich. Boah, hier war noch ein goldener Stein. Käpt'n Amerosaurus. Amerikanosaurus. Da unter mir ist noch ein goldener Stein. Wie ist das da unter mir? Nein. Nein, 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 nein. Geisterstatt haben wir einen. Chompy-Modus heißt, dass wir alle klein sind. Ich hab keine Ahnung. Doch, heißt das, hab ich in den Kommentaren gelesen. Ich muss mal Charakter wechseln. Alle auf Chompy-Größe. Alan Grant. What the fuck? Da hat er einen guten Alan. Da hab ich was gebaut. Was hast du gebaut? Was soll ich jetzt? Den Kopf hier. Okay. Weiß auch nicht, was das jetzt gebracht hat. Hätte ich auch nicht sagen. Aber gut. Vielleicht wollen wir noch einen Charakter. In Drachenbusche zur Liebe mache ich jetzt einmal den eigenen Mosasaurus. Ja, den Amerikanosaurus. Ist der Geniale oder ist der Genial? Mhm. Ich liebe den Amerikanosaurus. Wo ist dieser goldene Stein? Der ist ja drinne, oder? Ja, aber wie kriege ich den? Ich bin ja hier drin. Ähm, Kopfbedeckung. Was nehmen wir denn als Kopfbedeckung? Was soll ich hier machen, Drachenbusche, dass ich den kriege? Warte, du hast so coole Haare gehabt. Vielleicht gibt's auch coole Haare. Der goldene Stein ist angeblich hier. Oh. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich bin aber heller, heller Haare. Hilf mir! Meins Ernst, hilf mir! Diese Charakterhäre, die man nicht verbauen kann. Ich will schon wieder raus. Aber deinem kommt da nicht ran, deiner ist mal schöner gewesen. Ah, jetzt kommt der Hai, jetzt kann man endlich ein Foto machen. Ah, Foto Time! Foto! Na, also. Jetzt kann ich wahrscheinlich meinen Charakter nicht... Ach, kann nicht. Gott sei Dank. Na, guck mal, Foto-Kamera. Der hat doch mal Foto-Kamera. Nein. 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 Hm. 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 Kopf bitte gebraucht, geil. Aber er sieht sehr schön aus. Hm. Hm. Hätten wir, glaub ich, auch das letzte Foto. Ja. Da kam gerade eben schon ein Screenshot. Yay! Ein nicht vorhandener, den wir nicht machen konnten. Ja. So, äh, ich geh auch mal raus. Du musst dir merken, und dein Mosasaurus soll angeblich noch ein goldener Stein sein. Ich würd mal sagen, wir machen hier noch eine kleine Pause. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann eine wunderbare Zeit. Und möge der Mosasaurus mit euch sein. Servus! Der Part von Lego Jurassic World ist leider schon vorbei. Zum nächsten Video kommst du, wenn du auf das bereits laufende obere Video klickst. Und wenn dich auch die Lego Sets interessieren zu Lego Jurassic World, dann solltest du auf das untere Video klicken. Dort kommst du nämlich zu meinen Lego Set Reviews. Natürlich würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo dalässt, dann wirst du in Zukunft auch kein Video mehr von mir verpassen. Außerdem kannst du natürlich auch mal auf meinem Facebook, Twitter, Google Plus oder Instagram Seite vorbeischauen. Dort bekommst du immer die neuesten Informationen zu meinem Kanal. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir jetzt wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!